Musik Doch auch dies musste enden. Ein uralter Feind folgte dem Reisenden durchs Universum. Die Menschheit stand vor ihrem Ende. Doch der Reisende traf eine Wahl. Sein Opfer zerstörte den Feind und schenkte den Geistern Leben. Ich bin ein Geist. Wichtiger noch, ich bin dein Geist. Und du bist einer der Auserwählten des Reisenden. Du bist ein Hüter. Dies ist dein Schicksal. Und ein herzlich willkommen mit mir hier, Stefan, bei Destiny 2. Was sollen wir denn sagen? Jäger. Tizan. Tut mir leid, mir gefällt der Jäger. Wir wollen gerne weiblich sein. Echt. Öh. Ne. Sind hier ein Verweis? Ähm. Wenn ich... Was schön... Ah. Ah. Okay. Wahrscheinlich, dann nehmen wir ihn. Wir schauen jetzt mal den männlichen Typen an. Ja, die sehen irgendwie alle ein bisschen so komisch aus. Was? Nein, die sehen ihnen ja alle komisch aus. Flippenfarbe. Wahrscheinlich. Nein, 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 das soll jetzt keine... Hallo, warum findet ihr das? Ich bin auch jetzt weiblich. So, dann... Das? Ja, das ist ja... Ich bin ein Held schon, du Fies. Ja, das soll jetzt... wirklich... Ihr wisst ja, ich spiel gerne eine Frau. Kann auch ganz gut aussehen. Ich kann es nicht. Ich nehme ich das. Warte mal. Hä, hä. Warte mal. Nee, das muss ja nicht sein. Aber... Ja, das geht gar nicht. Ich kenne Option. Ich kenne... Ich kenne... Dö, dö, dö. Es... Ich kenne... Okay, abschließ. Jäger. Ich kenne... Ich kenne... Ich kenne... Was muss ich denn jetzt machen? Achso, jetzt Charakter ausfällt. Einau, einau, einau. Also Ikora, wenn das ein Scherz sein soll, fällt mir schwer es zuzugeben, aber ich wäre beeindruckt. Dich zu beeindrucken, Cade, ist echt ein Kinderspiel für mich. Es ist ernst, Leute. Zawala, das ist mein ernstes Gesicht. Guck doch, Ikora, was gibt's? Jemand oder etwas sabotierte die Skyline-Verteidigungssysteme. Die KOMs sind seit den letzten Stunden unregelmäßig. Die Sensoren außerhalb der Mauer sind tot. Vielleicht ist es nur der Sturm. Vielleicht ist es. Was sagen uns die Satelliten? Nichts. Das ist gut, oder? Nein. Sie sind nicht da. Da sind keine Satelliten. Und das ist nicht gut. Kampfstationen! Alle zu wir! Jetzt! Halt durch! Z meglio! Da sind wir schon. Jetzt! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. da muss ich jetzt in beraten ein ich habe schon da sind die nächsten cooles game hätte ich jetzt nicht richtig gedacht an den entfall vor dem aufer was ist das jetzt spring drüber ach wie viel denn noch so mal ein wegzumessern auch wie geil das ist ja viel einfacher easy aua ey venturion venturion wir müssen meinem charakter noch einen namen geben groß das ding ist das muss ihr kommandoschiff sein ich bin für den namen elisa was sagt ihr so schreibt es mir bitte in die kommentare wie würdet ihr die olle nennen ey mein freund nicht so schnell ich frage mich ob man hier sterben an oder äh man generiert ständig auch leben das wäre sehr interessant zu wissen ich schluck jeden verblut ein bisschen durch flüssig sie greifen nicht nur die stadt an schau dir den reisenden an so und bei diesem punkt bleiben wir jetzt erstmal wir sehen uns beim nächsten fall um nichts zu verpassen kommentieren liken und abonnieren ich finde es ein cooles spiel erst dachte ich so muss das jetzt sein aber ich mag das game wenn ihr mehr davon sehen wollt hashtag destiny 2 in die kommentare adieu 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 5 5 5